Bisher mussten wir diese bis zu 200 Kilogramm schweren Kunststoffplatten zu zweit oder zu dritt auf unsere Plattensäge wuchten. Dies war sehr anstrengend und jetzt mit dem Vakuum aus der Komfort von der Firma Schmalz ist das viel einfacher gelöst und das kann ein Mitarbeiter ohne Probleme alleine machen. Bis zum nächsten Mal. Mit dem Vakuum Master konnten wir hier ermöglichen, Lacken, die bis zu 250 Kilogramm schwer sind, auf die Maschine zu laden. Mit unserem Kettenzug ist dabei die Bedienung sehr intuitiv und alles in einem schönen Bedienelement integriert. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.